An vielen Orten rund um den Balaton machen die Mücken derzeit Jagd auf Blut. Die Plagegeister machen es daher den Urlaubern im Moment nicht leicht. Gerade in den Abendstunden schwärmen sie besonders stark aus und die Luft schwirrt regelrecht. In einigen Gebieten wird mit Bekämpfung aus der Luft die Mückenplage unter Kontrolle gehalten, wie hier in Jör. Aber auch an einigen Orten am Balatonsee direkt kämpft man mit Mitteln, die die Lückenlarven im Wasser bereits abtöten.